Hallo, mein Name ist Elisabeth Kastner. Ich bin Inhaberin des Vitalmesspunkt Kastelis. Wie wäre es für Sie, wenn Sie Ihre Gesundheit erhalten könnten und Ihre Vitalität und Ihr Wohlbefinden bis ins hohe Alter erhalten können? Wenn Sie Lust dazu haben, lade ich Sie jetzt recht herzlich ein, meine Praxis und meine Messmethode kennenzulernen. Ich arbeite mit dem innovativen 3D-G-Scanner. Dieser sendet über einen Kopfhörer mit Biosensoren nicht hörbare Signale, welche vom Körper als Echo reflektiert werden. Dadurch erkennt das System Unterschiede in den Schwingungsmustern und stellt diese auf virtuellen Organbildern dar. Farbige Symbole auf den Organbildern zeigen in sechs Stufen den energetischen Zustand der Zellen. Die Messung hat keinerlei unvorteilhafte Auswirkungen und ist auch für Kinder, Behinderte und gebrechliche Personen geeignet. Speziell von Sportlern wird diese Methode sehr gerne genutzt. Die Entwicklung dieses Systems begann vor ca. 30 Jahren und wurde von russischen Ärzten, Physikern und Molekularbiologen entwickelt für die Betreuung der Raumfahrer. Durch ein breites Spektrum an Analysemöglichkeiten werden Ursachen von Energieverlust im jeweiligen Organ erkannt. Um Ihren energetischen Zustand zu erhalten oder zu verbessern, bitte ich hochqualitative, hoch bioverfügbare Nahrungsergänzungsprodukte zusätzlich zur Therapie an, wenn die sehr forderlich sind. Die Zusammenarbeit mit Schulmedizinern und Osteopathen sowie Physiotherapeuten runden mein Angebot ab. Wenn Gesundheit auch Ihr höchstes Gut ist und Sie Ihre Vitalität und Mobilität so lange als möglich erhalten wollen, dann nutzen Sie die Gelegenheit und lassen Sie sich messen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017